Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Neues Gesetz in Australien gewährt Arbeitnehmern Recht auf Nichterreichbarkeit. Australien hat kürzlich ein wegweisendes Gesetz verabschiedet, das den Arbeitnehmern ein Recht auf Nichterreichbarkeit während ihrer Freizeit zusichert. Diese Regelung wurde eingeführt, um den stressbedingten Erkrankungen entgegenzuwirken, die durch die ständige Erreichbarkeit und den Druck der Digitalisierung entstehen. Die Regierung erhofft sich von diesem Gesetz eine Verbesserung des Wohlbefindens der Angestellten, um somit die allgemeine Arbeitsmotivation und Produktivität zu steigern. Das neue Gesetz regelt, dass Arbeitnehmer außerhalb ihrer regulären Arbeitszeiten nicht für berufliche Anfragen oder Aufgaben kontaktiert werden dürfen. Dies umfasst sowohl Telefonanrufe als auch E-Mails und Nachrichten über berufliche Kommunikationsplattformen. Laut der Ministerin für Arbeit und Gesundheit äußerte sie, dass es wichtig sei, den Arbeitnehmern eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit zu ermöglichen. Angestellte sollen so die Möglichkeit erhalten, ihre Freizeit zu genießen, ohne sich Sorgen um berufliche Verpflichtungen machen zu müssen. Ellie Robinson, eine Psychologin, die sich auf Arbeitspsychologie spezialisiert hat, erklärte, dass die ständige Erreichbarkeit zu einer alarmierenden Zunahme von Burnout-Fällen führe. Sie merkt an, dass ein solches Gesetz nicht nur den Druck verringert, sondern auch die mentale Gesundheit der Mitarbeiter schützt. Experten glauben, dass eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit hat. Die Mitarbeiter sind potenziell produktiver und kreativer, wenn sie ausreichend Zeit zur Erholung haben. Das Gesetz hat jedoch auch Kritiker. Einige Unternehmensvertreter befürchten, dass eine solche Regelung den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen könnte. Sie argumentieren, dass in vielen Branchen eine flexible Erreichbarkeit entscheidend für den Geschäftserfolg sei. Ein Vertreter eines großen Unternehmens äußerte die Sorge, dass der Verlust von Flexibilität in der Kommunikation es schwierig machen könnte, dringende Probleme zeitnah zu lösen. In einem sich schnell verändernden Arbeitsumfeld könnte dies langfristig Nachteile mit sich bringen. In einer Umfrage unter Arbeitnehmern in Australien zeigte sich jedoch eine überwältigende Unterstützung für das neue Gesetz. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass sie sich durch die ständige Erreichbarkeit stark belastet fühlten und das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit als Schritt in die richtige Richtung ansehen. Die Reaktion in den sozialen Medien war ebenfalls überwiegend positiv. Viele Nutzer lobten die Initiative und ermutigten andere Länder, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Australien mit diesem neuen Gesetz ein Zeichen für ein gesundheitsbewusstes Arbeitsumfeld setzt. Die Frage bleibt, wie Unternehmen die Balance zwischen Erreichbarkeit und der Einhaltung dieses Gesetzes finden werden. Hier der übersetzte Text auf Deutschland. Angesichts der Herausforderungen, die dieses Gesetz mit sich bringen könnte, beobachten Wirtschaftsexperten aufmerksam die Implementierung und die langfristigen Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Die Einführung dieses Gesetzes könnte der Beginn eines Wandels in der Arbeitskultur sein, nicht nur in Australien, sondern möglicherweise auch in anderen Ländern, die sich mit ähnlichen Fragen der Arbeitszeitregelung und der Work-Life-Balance auseinandersetzen. Die gesellschaftlichen Diskussionen über das Thema werden daher weiterhin von großer Bedeutung sein. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.